Ah ja, gut, dann geben wir erstmal den anderen die Waffen. Können wir uns generell noch umgucken? Ja, können wir. Oh mein Gott, okay. Ich dachte, äh, Randall ist in dem Raum hinter uns und ich dachte nicht, wir rennen direkt in den rein. Wo sind deine Manieren? Ich bin gerade am Reden und du redest die ganze Zeit dazwischen. So, hier ist nichts weiter. Äh, wir können Randall schlagen. Das ist eine solide Option, aber wir tun es mal lieber nicht. Wir sprechen ihn mal an. Ich bin immer noch dafür, dass wir sein Gesicht putzen sollten. Irgendwie sollten sie auch ein bisschen verbinden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Wie du es getan hast? Ah. Ich habe die Frage irgendwann anders gestanden. Ja, Will. Ich meine, zur Not können wir nochmal auch die Hände kriegen. Weißt du? Zur Not? Hm? Ist mal Option. Ja, ja. Ey, ich wollte in dem Raum bleiben. Was soll das? Ich will mit Pete reden. Und mir die Bilder eingehen. Das sind doch meine Kinder. Warum ist da... Habe ich schon wieder Trauma? Ich habe schon wieder Trauma. Ja, ich wollte schon sagen. Da ist auch die kranke Mutter. Huch. Warte, ich will mit Pete reden. Waffe geben. Ach so, ja, das ist irgendwie ja eh, aber erstmal rede ich so mit ihm. Was meinst du? Gib dir nicht die Schuld. Du wolltest einfach nur helfen, weil das ist auch verständlich. Nicht jeder. Leider. Es gibt gute Menschen, denen man helfen kann. Ach, Pete. Das bist nicht du. Du bist gerade nur verzweifelt. Ja, und wir waren... Wir waren jemand Gutes, dem du geholfen hast. Ja, keine Sorge. Ja, das habe ich auch. Versuchen zu verhandeln. Ja. Ich hoffe jedenfalls, dass wir das einfach so können. Äh, gib ihm direkt mal die Waffe auch. Dann können wir danach weiter gucken. Kein Problem. Ein Schürhaken. Ja, das ist wahr. Aber wir hören zwischendrin noch die Gute, oder? Kinderbilder. Oh, das sieht viel besser aus, als das, was deine Kinder gemalt haben. Das, was deine Kinder gemalt haben, sah aus wie aus einem Albtraum. Das sieht aus wie wirkliche Kinderbilder. Na gut, das erste ist das zweite. Das sieht auch ein bisschen seltsam aus mit dieser komischen Kuh. Oder ist das die Buskatze? Hm? Weiß ich nicht. Vielleicht ein bisschen blauer und gefleckt. Oh, Grammophon. Ich wollte schon immer so ein Ding haben. Oh, die sind teuer. Erst recht die Platten dazu. Oh, ich finde es so cool. Oh, Mary, don't you weep. Ach, meine Kinder stehen schon wieder hinter ihr. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep. Oh, Mary, don't you weep. Oh, ich wollte weiterhören. Mann, no. Oh, ich bin froh, dass die Kinder verschwunden sind. Mann, die Frau braucht endlich echt Therapie. Ich hoffe, wir sammeln irgendwo einen Therapeuten auf. Ah, das Blut von Sam einmal angucken. Okay. Kein Kommentar dazu. Dann gehen wir einfach mal hoch. Oder können wir erst mal... Ah, wir können erst mal in die Küche gehen. Wenn wir schon einmal die Gelegenheit haben, uns umzusehen, dann tun wir das auch. Das ist ein Hintergrund gehört. Man hört ab und zu Schreie am Hintergrund. Ich glaube, das sind ihre Kinder. Also wir sind gerade wahrscheinlich wieder ein Zwischending zwischen unserem Trauma und der realen Welt. Guck mal, das sieht auch gut aus. Mann, das ist komisch, was deine Kinder gemalt haben. Was war denn mit denen los? Tür zu Sam. Ne, da gehen wir gleich hin. Tür zur Garage. Warum nicht? Gehen wir in die Garage einmal? Ist da denn irgendwas, was wir brauchen? Das ist Benzin. Tritzt einfach gegen Benzin. Ist auch okay. Hm, ein Schweißbrenner. Können wir damit irgendwas abbrennen? Oder Normas Gesicht abbrennen? Oh, okay, ja, cool. Könnten sie auch anders damit aufhalten? So ist es nicht. So wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Blut auf dem Boden von Randall. Ich hoffe, sie tut den Freunden von uns nicht exakt das selbe an, wie wir ihm. Ist mir nicht so geil? Ich meine, sie hat es zwar gesagt, aber man kann ja trotzdem irgendwie hoffen. Sieht so, dass sie bereit sind für nichts. Fast alles. Ja, sie waren aber nicht bereit für die Dummheit, dass ein Tor aufgelassen wird. Nur für einen Zombiearm. Jemand hätte rüberwerfen können. Nähere dich, Sam. Das ist ja immer in Ruhe. Äh, nee, wir sollten hingehen. Wir müssen ihr doch ihnen eine Waffe geben, oder? Geht's, Sam? Ich dachte, außerdem, wir helfen ihr mit dem Grab. Wollen tun wir das nicht? Hey, thanks for before. I couldn't have moved to myself. Something you need? Ähm, brauchst du Hilfe? Ja, brauchst du Hilfe? On a hand? No. Having something to do helps me not think about everything. Okay. Paige, thanks for not safe here. Now I need to move on. Damit hat sie auch recht. Na ja, wenn wir Norma nicht abwehren können, hat sie damit recht. Du solltest mit ihr sprechen. Und du solltest verstehen, warum sie gehen will. So much of this place is my dad. It's all of us. He worked his way up from nothing. Took a job cleaning houses. Paid his way through law school. He bought this house, it was proof that he'd made a better life for us. We grew up here. Maybe I'm crazy, but I can't let that all be for nothing. He was so proud of what he built. This place kept us safe. Norma is that. We were happy here. Norma doesn't care about any of that. She's coming here. And she's not gonna stop just because this place has sentimental value. Wir wissen halt auch nicht, ob sie sich wirklich dran halten würden. Ich verstehe es doch, aber... Was soll man tun? Thanks. I should go back to work. Pass ich dich auf, Sam. So, ich wollte gerade sagen, müssen wir dem Kind nicht auch noch eine Waffe geben. Aber das haben wir ja schon getan. Das habe ich ganz kurz vergessen. Wir müssen auch nach oben gehen. Da wartet... Paige, richtig? Ich meine, mit Paige haben wir noch nicht geredet. Also müssten sie ja oben warten. Also ich hoffe, wir können das hier irgendwie verteidigen und müssen eben nicht weggehen. Es ist ein cooles Haus und es ist auch super sicher. Und da ist auch Platz zum Anbauen. Also eigentlich ist es der perfekte Unterschlupf, aber... Wir wissen halt nicht, ob Norma aufhören wird. Da hat sie wieder ihr Trauma. Ja. Eindeutig. Und wir müssen zu den gruseligen Kindern in einem langen Flur mit gruseliger Musik. Mit Lauf, mit dem wir nicht vorankommen. Wie auf Laufbahn zu fahren. Oh, Schwatt. Oh, okay. Ähm. Können wir schreien? Oh, die werden weglaufen, oder? Ja. Wo die ist. Ah, der andere Sohn. Den haben wir... ...noch gar nicht richtig gesehen, oder? Außer einmal. Ich glaube nicht. Die hübsche Musik. Ich habe so kleine Raum. Sieht sehr schön aus. Was? Wir machen sie auch Angst. Das tut mir leid. Dass sie das noch niemand gesagt hat, wundert mich gerade. Nein, das ist nicht passiert. Nein. Warum muss sie das dann so eindrücklich sagen? Ich meine, er hat die Wahrheit verdient, aber du musst stark sein. Für Paige und für Sam. Ich kann... Und für James. Ist Emily eigentlich die Mutter? Ist das die Spiele von ihr? Wahrscheinlich ja. Ach man, ich höre schon wieder unsere Kinder. Ich will die Kinder nicht hören. Oh mein Gott. Ich wollte eigentlich nochmal zurückgehen, weil der Clown war gruselig. Und ich wollte mir was angucken. Schade, dass man das nicht weiterführen kann. Naja, vielleicht ja doch. Mit ein bisschen... Hoffnung. Sehr viele Räume. Ich will nicht aus Versehen in Paige-Raum gehen. Und ich bin aus Versehen in Paige-Raum gegangen. Wow, okay. Ich wollte dann nicht noch die anderen Räume angucken. Das geht dann wohl nicht mehr. Ah, doch. Wir können noch gehen. Dann gehe ich doch erstmal die anderen. Und folge unserem Trauma. Kann ich aufhören, gegen Türen zu laufen, bitte. Ein Poster von Super Greg. Von mir ist das der Raum? Ist das von James oder von Alex? Wir tippen James. Na stimmt, ja. Macht Sinn. Übernehmen Alex-Raum. Oder war das Paige's Raum? Ach, das war nicht Paige's Raum. Mein Gott, ich bin verwirrt mit den Räumen. Ich weiß ja nicht, wann die Apokalypse für die angefangen hat. Und wie klein da alle noch waren. Ich meine, jetzt sind sie ja eigentlich wieder vereint, oder? Im Himmel. Das ist vielleicht doch etwas Schönes. Zumindest, wenn man das so sieht. John, take care of our children and take care of yourself. Also ist wahrscheinlich die Geschichte von Paige wahr, dass sie sich umgebracht hat. Wegen dem Abschiedsbrief. I'm sorry. I know that doesn't help or explain anything, but it's true. I can't stand watching you and the kids suffer, knowing what's going to happen to me. Oh mein Gott, sie hat das ja wirklich getan. I love you more than anything. Sophie. Sophie hieß sie. Moment, wer war da... Wer ist Emily? Darum stand es auf der Spieluhr. Und warum sieht das da aus wie so ein Horrorritual? Was ist das? Können wir die Kerzen aufstellen und vielleicht so ein Pentagramm malen? Nein? Okay. Mein... Gott, könnt ihr auch für mich zu erschrecken. Das ist gruselig. Okay, wir gehen zur Paige. Und wir ignorieren unsere Geisterkinder, die hier rumlaufen. Hallöchen, Paige. Ähm, hilf mir bitte. Ich hab... Ich hab Flashbacks. Sie braucht das gerade. Sie hat das Freiraum. Nein, sie hat eine Hoffnung. Das ist das Problem. Sie haben dich aber aufgenommen, wie Familie. Norma's gonna be here soon. If they're not ready... I won't stick around just to watch this fall apart. She's so... stubborn though. I just hope it doesn't get her killed this time. James and Alex nicht verlassen. You can't leave James and Alex. They've lost enough today. Das wird ziemlich eueristisch, wenn du es nicht wenigstens versuchen könntest. Ich meine, wenigstens für die Kinder. Sam kann sich doch in dem Zustand gerade nicht um die kümmern. Also bitte bleib und hilf uns. Ich hoffe, sie haut nicht einfach ab. Das wäre echt fies. Also verständlich, aber es wäre fies. Denn alle haben ihr geholfen. Sie wurde hier aufgenommen, wurde durchgefüttert. Hat ihre Familie hier gefunden und... Will sie dann einfach verlassen. Das wäre nicht in Ordnung.